So, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play, der Weg nach Eldorado, heute am 27.07. um 18.48 Uhr, bisschen früher als gestern, aber ich will das Spiel heute fertig machen, ja. Erstmal gucken, ähm, wir sind nämlich schon hier offensichtlich im vorletzten Level. Ui. Okay, ich höre brüllen. Ich bin alle Items losgeworden. Und da oben ist ein Käfer, okay. Und was passiert? Also wäre lustig, wenn nur der Tulio den, ah, Schalter betätigen könnte. Ja, dann, keine Ahnung, mit Tulio hoch, oder? Keine Ahnung, mit Julio. Hey, nicht ins Loch. Ja, mach mal. Ich hab mich jetzt unten gar nicht umgeguckt, muss ich dazu sagen. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht. Ah, jetzt hab ich den da unten, okay. Aber da oben ist ja gesagt. Hm. Wie? Du bist ein bisschen groß. Wo ist denn hier eigentlich mit, äh, wie heißt der Kollege? Bibu? Bibu, ne? Ich glaub, Bibu heißt der. Okay, hier ist jetzt erstmal nix mehr. Eine schöne Schale. Schöne Scheibe Schinken mit Spinnern. Vielleicht fressen die Spinnen diese Brüche. Ah. Das war gar keine Absicht. Ich hab gar nix gedrückt. Ja, aber, hä. Ich versteh grad trotzdem nicht so ganz. Was mir das bringen soll. Oder kann ich die Spinnen abrichten? Bei mir soll's egal sein, ne? Aber. Hm. Ja, bleib doch mal geschmeidig. Nur am rumdühlen, der Kollege hier, ey. Unfassbar. So. Bitteschön. Achso. Wahrscheinlich mit dem Loch muss ich das vielleicht benutzen. Gucken wir mal. Ach, komm. Das ist gut. Du Sack. Hm. Ja, sonst will ich dich nicht auswählen. Komm, jetzt, äh, mach. Vielleicht kommen die Spinnen dann wieder raus? Nö. Das interessiert die überhaupt nicht. Och, Menno. Ich will doch gar nichts Schlimmes. Ich will nur weiterkommen. Äh, ja, wir könnten eigentlich, äh, mit dem Miguel auch noch mal so ein Früchtchen holen. Wir haben zumindest schon mal zwei dabei. Julio, Tier... Vielleicht bringt ja auch irgendwas irgendwie, ne? Seine Kraft und so weiter. Vielleicht, wenn ich immer einfach so fest in das Früchtchen schmeiße. Dass die Spinnen K.O. geht. Wobei ich auch gar keine Ahnung, was mir das bringen soll. Okay. Kann er nix machen. Ja, gut. Ich sag mal, der, äh, Hebel da hinten ist klar. Ja, aber gut. Aber vielleicht muss ich damit die Spinne runterholen. Weil der jetzt gesagt hat, Ja, Julio hat ja schon einen. Ich brauch keine Frucht mehr. Nehme ich mal sowas von am... selbigen, ne? Können. Nicht rausgehen! Komm wieder zurück! Du willst doch auch. Äh. Da geht's natürlich nicht weiter. Hilfe! Schnell wieder zurück! Ich behaupte mal, ich muss die Spinne irgendwie runterkriegen. Stehenbleiben! Ach, Quatsch! Wie geil ist das denn? Pfff! Entschuldigung! Damit hab ich nicht gerechnet. Naja, ich hätt's vielleicht mal früher versuchen sollen. Ja, entschuldigung. Das ist dumm. Ja, es regnet draußen wieder. Der Sonnenschein ist passé. Es regnet auch gar nicht so wenig, muss ich sagen. Boah, vorhin schöner Platzregen so um... Ah, ich schätze mal 16,30 ungefähr. Zurück zu dir! Der will da nicht drauf, ne? Kann das sein? Gehen wir jetzt mit dem Tulio hoch, weil der kann klettern. Ach, Entschuldigung, wegen meiner Schnieferei. Meine Füße bringen mich übrigens immer noch um, ne? Falls ihr den Stream am Freitag mitbekommen haben solltet. Ich hoffe immer noch wie ein Opa. Ah! Hallöchen! Na du? Alles klar. Ich kann nicht interagieren mit dir. Warum nicht? Was ist los, ja? Ich kann hier durch all diese Löcher hinkommen. Na, das ist schon sehr... Ne, was soll ich mal sagen? Wie bist du da... Was ist los mit dir? Wie krabbelt der denn? Ja, lustig. Ja, komm, gehen wir erstmal hoch. Das ist ne Leiter. Du kannst sagen, ich seh's doch. So. Wett? Wofür? Was soll man das bringen? Aha. Ja, aber... Was soll man das denn bringen? Ich will doch gar keine Spinnen jetzt töten hier. Ah, ja gut. Wenn es sein muss... Ach, okay. Der hat den Fokus verloren. So. Ja, nach der Aufnahme werde ich mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Heavy Rain für Playstation 4 of Platinum bekommen. Oh, da geh ich Spinnen aber direkt ab, da. Da geht's ab für den Markt. Alter, zieh dich doch nicht so. Ja, genau. Watt! Hä? Warum? Was ist passiert? Was hab ich getan? Zurück. Willst du mich verarschen? Was war... Was war das denn jetzt? Kann mir das mal irgendjemand erklären? Ja, ja. Ich bin wie von meinem Frühstück... ...früchtechen los geworden. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden soll. Ja, mach fertig. Jetzt muss ich wieder da hinrennen, den hochholen und perhaps... Aber warum will ich denn jetzt wieder am Anfang gespunnen? Bin ich gestorben? Kann man hier sterben? Offensichtlich hab ich einen Weg gefunden. Und warum hat der vor dem da oben keine Angst gehabt? Das ist mich viel interessanter. Ah, okay. Dann macht das auch Sinn, warum ich die Fiecher zerquetschen kann. Oder soll. So. Oh, der ist unten. Warum ist er unten? Okay. Du kommst klar, ne? Nein, der kommt nicht klar. Oh Gott, ist das so schlecht. Der hat Angst vor Spinnen. Okay. Nun. Du hast keine Angst vor Spinnen, ne? Miguel. Zieh an... Zieh an dem Hebel, Julio. Ah! Muscatus! Hm, ich wollte nicht grad... Zieh an dem Hebel, Julio. Nein! Ach, ich Idiot. Äh... Zieh an dem Hebel, Julio. Achso, ich hab mir jetzt heute übrigens den ersten Part auch freigegeben. Ähm... Und es scheint so zu sein, hab ich mich darauf aufmerksam gemacht, als wären das die gleichen Spieleentwickler wie bei Mofomets Fluch. Was ich ziemlich nice finde, muss ich sagen. So. Auch nice. Zieh an dem Hebel, Julio. War diesmal nicht okay. Ach, das find ich eigentlich ganz nice, ne? Dass man direkt hier auf der Plattform stehen kann und ihm direkt die Befehle zurufen kann. Anstatt zu wechseln, um den dann zu sagen, hör mal, ne, ich bitte hier mal den Hebel und dann wieder zu wechseln. Find ich sehr komfortabel. Ich bin jetzt noch oben. Jo. Der Miguel ist doch mutig, oder? Todesmutig. I hope. Was geht bei dir? Vielleicht entweilen wir das Grab eines alten, allmächtigen Gottes. Du machst dir wieder unbegründete Sorgen, Julio. Ach, Quatsch. Zurück zu dir. Wo kann ich sagen? Jetzt zieh nicht an dem Hebel, ey. Naja, bringt ja eigentlich nix, ne? Ja, mein Gott. Komm, rüber da. Andere Seite. Ich hab keinen Bock, jetzt hier wieder mit Julio, wieder Maulaffen zu spielen, hier. Ich weiß zwar nicht mal, was es bedeutet, aber ich mag die Rede, wenn du... Ach, willst du mich eigentlich verarschen? Das ist nicht der Wunsch. Zurück zu dir. Da ist keine Spinne. Aber ich verstehe das trotzdem nicht, wann ich quasi getroffen werde, in Anführungsstrichen. Das macht ja einfach mal gar keinen Sinn, ne? Äh. Weil ich meine, ich bin da... Da bin ich direkt an dem vorbeigelatscht, ne? Nein, ist das der Todio auch schießvollspiel? Die wird wahnsinnig, das kann nicht sein. Tritt dir doch einfach Platz. Das ist natürlich jetzt extrem scheiße. Ah, der ist wieder oben. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, der soll links bleiben. Ich will ihn rechts nicht haben. Scheißegal. Komm, verpiss dich. Rüber da. Ja, komm, einen noch. Einen noch und dann haben wir es. Geh. Danke. Nee, du gehst ja wieder drauf. Ja! Geh in deine Kackhöhle zurück. Zurück zu dir. Das war eigentlich doch dumm von mir. Ich hab ihn echt schlecht positioniert. Warum kriege ich jetzt gerade schon wieder Bock auf Mumie? Immer diese ganze scheiß Azteken-Kacken, alte Tempel und sowas. Finde ich immer Bock auf Indiana Jones und auf die Mumie. Ich spiele, wo sie auch nochmal zocken. Zweite habe ich ganz gerne gezockt. Mumie kehrt zurück. So, du sollst einfach nur erstmal hochkommen. Zurück zu dir. So. Spinne ist weg, so wie es aussieht. Das finde ich erstmal sehr, sehr fein. Zurück zu. Walter Miguel macht keinen Scheiß. Ich möchte nicht, dass du von der Spinne getroffen wirst. Ich könnte wahrscheinlich einfach speichern, ne? Dann wäre das Thema kein Problem. Weil es ist, glaube ich, ein Spiel heute, wo man eine Ordnungstelle speichern kann. Ich habe immer noch nicht das Speicher-Symbol auf der Memory-Kartang. Nein! Ach Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ah. Schnell, Miguel. Schnell, Miguel. Ja, ich rock das Spiel heute bei ihm. So habe ich gerade nur gesagt, ne? Ähm. Ja. Wie man es nimmt, ne? So, und jetzt ganz ruhig. So. Schauen wir doch mal. Und jetzt zerquetscht das Viech, okay? Okay. Also ich kann eigentlich, äh, den hier unten schon nehmen, ne? Und Squatch. Ich muss den richtigen Hebel finden, Omik. Ach was. Zurück zu dir. So. Gucken wir erstmal. Oh, die Plattform erstmal runne. Piano runne. So, das wird garantiert der zweite sein. Zurück zu dir. Behaupte hier einfach mal. So viele Optionen haben wir hier jetzt nicht. So. Uäh. Ich darf den Hebel, die Plattform aber nicht wieder hoch machen. Wahrscheinlich, weil es sonst so brutal wäre und nicht ab, wie viel er freigeben wäre. Ab ohne Altersbeschränkung, siehst du mal. Wehe, du kannst jetzt nicht klettern. Eigentlich kannst du klettern. Genau. Leitern kann er. Den Rest glaube ich nicht. So. Also Studios hat Gehirn quasi und der Akrobat, während der Kollege Miguel eher der Kraftbrotz ist. Ähm. Ja. Uh. Darf ich da drauf? Hä? Was für Spinnen? Berechtigter Einwand, muss ich sagen. Hm. Also Spinnen ist dort. Das weiß ich. Ah, guck mal. Hat die vielleicht irgendwas für uns? Türe. So, schauen wir doch mal. Das ist einfach nichts. Okay. Soll ich mal meinen Kollegen zerquetschen? Wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, ob es funktioniert. Ich bin gespannt. Klar. Wenn ihr Kirchenglocken hören solltet. Wir haben 19 Uhr. Das ist, das ist normal hier. Hey, wir kommen. Kommt der Sache näher. Und die Sache kommt uns auch näher. Zurück zu. Ha. Wenn das das Rätsel zu suchen wäre, wäre natürlich geil. Opfere dein Freund. Ach, schade. Ich fand den Versuch war es auf jeden Fall wert. Jetzt sagen wir nicht, du brauchst das für den Räuber, leider. Ah, ja. Blablabla. Alles okay. Frage ist nur, wo müssen wir hin? Das ist hier leicht. Nicht ganz so leicht zu. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, ich wäre schon mal lange laufen. Entschuldigung. Oh no. Oh no. Bäh. Guck da nicht hin. Die ist gar nicht da, die Spinne. Ja, okay. Äh. Ja gut, okay. Bring mir ja nichts, ne? What the fuck? Ah. Jetzt bringen wir doch was. Ich habe nichts gesagt. Dattel da. Okay. Demi-Gel darf wieder hier warten wahrscheinlich. Keine Spinne. Keine Spinne. Keine Spinne. Wir müssen die Spinne mit den Blöcken einsperren. Das hast du sehr gut erkannt. Die Frage ist nur, wie? Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Zurück. Wie geil? Ich brauche deine Hilfe. So. Ach, Quatsch. Falscher Weg. So. Das heißt, ich kann eigentlich im Endeffekt alle Spinnen loswerden. Das finde ich erstmal sehr gut. Und von der reinen Theorie her sollte ich eigentlich... So behaupte ich einfach mal. Ups. dem Kollegen einfach sagen können. Hör mal. Mach mal Hebel fertig. Soll ich jetzt an dem Hebel ziehen? Ja. Schnell. Ja, ich komme nicht dran. Du Ochse. Ja. Ja.